Und jetzt werden die Einzelnen zum Spieler mit den neuen Tiveaus ausrufen. Und da haben wir Mitte Nummer 2, Patrick Hubercheck. Mitte Nummer 3, Petros Triodosialis. Mitte Nummer 4, Dennis Burkhardt. Mitte Nummer 5, Raphael Muihelli. Mitte Nummer 6, Timo Pong. Mitte Nummer 8, Max Hesperler. Mitte Nummer 9, Moritz Brüppel. Mitte Nummer 11, Sarah Herzl. Mitte Nummer 14, Hannes Groß. Die Nummer 15, Jakob Züger. Die Nummer 16, Vincent Atzinger. Und Mitte Nummer 31, Michael Falkenahn in Gorma. Die Nummer 42, Martin Oswald. Die Nummer 42, Martin Oswald. Ich darf auch ganz herzlich das Trainer-Dubi grüßen. Und, Fanz Dinko. Und, Gerhard Götze. Danke. 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 Lieber Götze. Ich Das war's, das war's, das war's.